Hallo Freunde, Chris Natter von SwissGFetchDi hier und heute mit der dritten Folge von unserem Pack Road to Glory. Wenn wir zwei Siege machen von den drei Spielen, die wir spielen, werden wir den Liga-Titel holen und wie schon gesagt, wenn wir die ersten zwei Spiele gewinnen, können wir sogar noch im dritten Spiel in Liga 9 das erste Spiel machen. Wir kommen hier gegen ein Bundesliga-Team an, eigentlich fast ein BVB-Team mit ein paar Ausnahmespielern wie Müller-Höwedes, den wir ja auch haben. Ansonsten alles BVB-Spieler. Sehr schön vorbei mit dem Roulette. Kommt in die Mitte, Ballrolle und dann der Schuss an den Pfosten, aber leider geht er nicht rein. Oh, wunderschöner Traumkopf mit an den Pfosten. Auf Alexis Sanchez, der mit dem rechten Fuss. Oh mein Gott, was war das für ein Schuss und was war das für eine Parade. What the fuck? Wilshere auf Arteta, der auf Jovetic, der macht eine Ballrolle zu Schuss, findet ein Roulette, perfekt vorbei, der Schuss in den Winkel und schon steht es 1 zu 0 durch Jovetic. Schlechter Abstoss vom Gegner, das hat er schon vor der Halbzeit einmal gemacht. Jetzt habe ich es antizipiert, die scharfe Flanke auf Jovetic, der kann sie aber nicht erreichen. So, jetzt Alexis Sanchez mit dem Roulette ist vorbei. Was macht er? Wieso legt er es so? Oh mein Gott. Scoop turn. Alter, ich sehe gar nichts mehr, Mann. Was war das für eine Scheisse, wer war dort in der Mitte? Ich glaube es war Arteta. Hätte nur den Fuss hinhalten müssen und er zieht zurück. Oh mein Gott, so behindert, dass da nicht das 2 zu 0 gefallen ist. Jetzt Wilshere auf Jovetic, der spielt einmal zurück auf Arteta, der mit dem hohen Ball auf Jovetic. Der ist auf und davon und der rennt am Torhüter vorbei und die Grätsche stoppt mich. Oh mein Gott, es wird immer lächelig. Arteta mit dem Volley und Jovetic. Oh, dann ist die Chance leider vorbei. Keine Frage, jetzt Wilshere mit dem Roulette. Oh, gute Grätsche vom Gegner. Jovetic mit dem, eigentlich per Baspin und der Schuss geht aber rein. Und jetzt steht schon 12 und 2 Tore durch. Jovetic. Jovetic mit dem Roulette durch 2 Mann. Der Gegner grätscht nur noch herum. Das macht er jetzt schon die ganze Zeit. Ja und dann ist der Gegner rausgegangen. Ja, er hatte einfach keine Lust mehr, weil er hatte auch glaube ich nur einen Schuss. So will ich weiß, wir sehen uns gleich bei der Statistik. Jovetic wird Spieler des Tages mit einer 9,5 Bewertung, wir kriegen 1300 Münzen. Anhand von der Spielstatistik sieht man, dass wir die Partie klar gewonnen haben. Und wir sehen uns gleich bei der zweiten Partie. Das Team habe ich übrigens verändert, wie ihr es schon seht. Habe ich Jovetic als Stürmer genommen. Ja und im Tor habe ich Gassias verändert. Beim zweiten Team habe ich ziemlich viel verändert. Da habe ich zuerst mal Aubameyang auf den rechten Flügel getan. Gündogan habe ich für Boateng reingetan. Auch in der Innenverteidigung hat sich etwas verändert, weil ich habe da jetzt endlich mal einen guten Torhüter gezogen. Und zwar ist das Leno und da habe ich einen perfekten Link mit Jovedes. Da hat sich einfach Santana und Jovedes die Position gewechselt. Und auf der italienischen Seite habe ich auch Gastan noch in die Partie, habe ich Gastan mit in die Mannschaft eingenommen, weil er auch Brasilianer ist und somit ein Strongling mit Alexan. Unser zweiter Gegner hat ein Mix-Team. Ja, nicht sehr speziell. Er ist wahrscheinlich noch am Aufbauen von der Mannschaft. Viel weiter auf Gündogan. Der zieht einmal zurück, macht eine Ballrolle. Perfekt vorbei. Der Schuss, abgefälscht und gehalten vom Torhüter. So, jetzt Tevez mit dem Roulette. Noch mein Roulette. Heal-to-heal der Schuss. Gehalten vom Torhüter. Wirklich eine sehr gute Parade vom Torhüter. So, jetzt haben wir wieder Tevez am Ball mit dem Roulette. Dann wartet er hier auf den Gegner, gibt ihm noch mal ein Roulette. Einen Schuss findet jetzt der Schuss. Wieder eine sensationelle Parade vom Torhüter. Der Torhüter mit Abstand der beste Mann auf dem Feld. So, jetzt sehr schön geholt. Gündogan spielt weiter auf Tevez. Jetzt muss er aber mal drin sein. Schon wieder eine sensationelle Parade vom Torhüter. Sehr schön geholt von Pürlo. Und dann pfeift er in die Halbzeit, wenn ich die beste Aktion. Ja, nein, wieder eine gute Aktion bekommen hätte. Man sieht hier schon an der Statistik, dass er überhaupt keine Chance hat. Aber es ist wirklich nur eine Frage der Zeit, bis er das 1-0 kassiert. Tevez gleich nach dem Anstoss. Renkt er hier durch. Come on, machen Roulette. Foul. Jawohl, es gibt einen Freistoß. Und wir haben da einen extrem sicheren Schützen mit Andrea Pürlo. Der kommt gut, der kommt gut. Oh, schon wieder so eine gute Parade vom Torhüter. Anschliessend der Eckball geht. Treten von Andrea Pürlo auf Ramos. Der kommt nicht an den Ball auf der Linie. Er geht, oh mein Gott, Millimeter am Tor vorbei. Jetzt kommt auch noch Pech dazu. Spielt auf Andrea Pürlo. Wieder zurück auf Tevez. Der kommt mit dem Roulette rein. Mit der Ballrolle der Fineschus. Einmal mehr abgewehrt vom Torhüter. Jetzt aber Abameyang. Dreifach abgewehrt. Tevez mit dem Lackertor. Das Tor war ziemlich glücklich, aber auf jeden Fall nicht unverdient. Der wird natürlich getreten von Pürlo. Er bringt die Flanke rein. Herrlich auf Santana. Der mit dem Kopf auf der Linie. Das war sicher ein Tor. Torlinientechnik hat sicher mal wieder versagt. Gündergang setzt sich hier aber durch und macht dann das 2 zu 0. Ich würde trotzdem noch gerne die Wiederholung sehen vom Nicht-Tor. Der Ball wurde ja auf der Linie gerettet. Ich weiss nicht, ob es auf der Linie gerettet worden ist. Dafür hätte ich jetzt wirklich gerne die Torlinientechnik gesehen. Aber naja, es steht 2 zu 0. Ramos. Zurück auf Tevez. Herrliche Kombination. Ein paar Körper finden. Der Fineschus abgewehrt vom Torhüter. Wir gewinnen die zweite Partie auch wieder mit 2 zu 0. Kriegen insgesamt 3.400 Münzen, weil wir den Ligatitel noch geholt haben. Anhand von der Statistik könnt ihr sehen, er hatte zwei Schüsse und die waren nicht mal aufs Tor. Also ich denke, das ist tot mehr als gerecht. In der dritten Partie kommen wir gegen so ein Barclays Premier League Team an. Wir treten natürlich wieder mit unserem Inform Sanchez Team an, weil ich das Team ein bisschen besser finde, weil ein Star halt drin ist mit Alex Sanchez, der extrem stark ist. So, jetzt Jovetic spielt den Pass auf Alexi Sanchez. Der mit den grossen Möglichkeiten rennt am Torhüter vorbei, das muss das 1 zu 0 sein. Jawohl, Alexi Sanchez lässt sich das nicht nehmen und es steht nach 10 Minuten schon 1 zu 0. Jovetic mit dem Roulette-Schuss ein bisschen weiter fährt. Oh, ich dachte, er würde reingehen, aber leider geht er doch Millimeter am Torhüter vorbei. Sanchez mit dem Heel-to-Heel geht an zwei Personen vorbei, dann der Job in die Mitte der Fineschusse. Abgefälscht, Jovetic kommt mit extrem viel Glück an den Ball und verwertet den Volley im Torhüter. So, sehr schöner Ball auf Arteta, der spielt weiter auf Jovetic, das ist kein Offside, komm verwert den, an den Posten. Ach, schade, dass da nicht das 3 zu 0 gefallen ist. Ja, jetzt der lange Ball auf Jovetic, wie er sich dadurch zwei Mal durchsetzt, dann die Ballrolle gut eingesetzt und der Fineschusse war relativ einfach, da das Tor dann frei war. Wir gewinnen die letzte Partie mit 3 zu 0. Anhand von der Statistik kann man auch mal wieder sehen, dass ich klar die bessere Mannschaft war. Der Gegner hatte nur einen Schuss und einen Schuss aufs Tor und ich hatte elf Schüsse und sechs davon aufs Tor. Wir gewinnen die Partie mit 3 zu 0 und wir sehen uns gleich bei den Packs wieder. Ich habe mir folgendes überlegt und zwar, dass wir für jeden Sieg 5000 Coins bekommen, weil wir da drei Siege gemacht haben, haben wir 15.000 Coins insgesamt erspielt. Das heisst, es gibt zwei von diesen Premium Gold Zett, plus weil wir noch den Liga Titel gewonnen haben, finde ich, kriegen wir nochmal ein Premium Gold Zett. Das heisst, wir öffnen jetzt drei Premium Gold Zett und schauen gleich, was wir mal im ersten Pack drin haben. Es sind auch die Wintertransfers, die sind jetzt auch schon in den Packs erhältlich. Vielleicht ziehen wir einen zuerst, ziehen wir Ochoa. Naja, nicht gut und auch nicht schlecht. Hier ein paar Verträge, Fitnesskarte und Heilung. Im zweiten Pack haben wir Messi drauf und Messi drin. Ah, Aduriz haben wir wieder gezogen, den haben wir ja schon. Dann haben wir Jakonan, der extrem stark ist, aber ich glaube nicht, dass wir ein arabisches Team bauen. Und Alderweilet bringt uns wahrscheinlich auch nicht so viel. Manager, ein Manager wäre nicht mal schlecht, da haben wir sogar einen ganz geil. Weil einen Manager haben wir bis jetzt noch keinen gezogen, den kann ich natürlich gerade in mein Sanchez Team hineintun. Vielleicht kommen wir dann auf 100 Chemistrie, ich werde jetzt mal alles im Verein speichern und Aduriz abstossen. Und das letzte Pack für diese Folge drauf ist Higuain. Und drin haben wir Montoya, der Rechtsverteidiger von Barcelona. Ja, er hat Pace, vielleicht werde ich den bevorzugen gegenüber den anderen Rechtsverteidiger, den ich momentan habe. Mal schauen, ansonsten, naja, auch wieder nicht die besten Packs. Aber ich hoffe, ihr hattet Spass an der dritten Folge von unserer Pack Road to Glory. Ich bin heraus Leute und ciao. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.